Hitradio FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck! Hi! Hier sind wieder Königspython 73 und Echse, eure Tierfluencer. Heyo Leute! Was geht? Heute möchten wir euch mal ein ziemlich schnelles Tierchen vorstellen. Wir meinen den Aal Faromeo. Ursprünglich kommt der Aal Faromeo aus Italien, aber aufgrund seiner erfolgreichen Ausbreitung findet man ihn mittlerweile überall auf der Welt. Hey, jetzt aber mal Real Talk. Da der Aal Faromeo zur Gattung der Umweltsäue gehört, wie übrigens auch die Ente, der Mustang, der Panda oder der Käfer, wird sein Lebensraum immer kleiner. Da er am liebsten schnell unterwegs ist, schluckt er auch ziemlich viel. Deshalb ist seine Art auch vom Aussterben bedroht. Manchmal jagt der Aal Faromeo auch andere Tiere vor sich her, wie zum Beispiel französisches Rotwild, dem sogenannten Renault. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf YouTube. See you! Und denkt dran, reinschauen, rentiert sich! Hitradio FFH. Tierisch gut. , oder? 3 1 2 3 2 1 1